Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Ich bin's wieder, euer Robin. Euer Taxi. Ja, ich baue mal wieder das Taxi auf Doom, das hatte ich ja lange nicht mehr. So, mit am Start sind immer wieder unser lieber Newser, a.k.André, unser lieber Luke, a.k.Luke und unser Xerox, der seinen Namen nicht preisgeben will, sagen wir mal so. Sehr hart. Ja, oder sehr hart. Ja, okay, jetzt hat er es preisgegeben. Wir fangen mal an zu suchen. So, das glaubst du oder nicht? Luke hat seinen eigenen YouTube-Kanal und der Xerox hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Wie, man, vielleicht... Ja, ich hab dich erwähnt, Luke, ob das glaubst du oder nicht. Dann machen wir mal ein tolles View. Oh, ein Daumen nach oben. Nein, ein Daumen nach unten. Der andere hat seine Reifen geändert. Wusstet ihr dann eigentlich, was er glaube ich, der YouTube-Kanal hat? Wenn dieses Video eine Million Daumen nach oben hat, dann passiert gar nichts. Ja, wir haben den Wikinger als Gegner, wir haben verloren. Olaf, Olaf. Ich und O.P.? Deine Mutter ist O.P. Habe ich jetzt eigentlich wieder Rasenmäher drin? Oh ja, der Rasenmäher ist es back in action. Was ist gelb und kann mit einem Schuss töten? Eine Banone. Was ist das denn? Eine Banone? Eine Banane. Und eine Kanone. Was steht am Fenster? Was... Was? Nee. Was ist gelb und schaut durchs Fenster? Keine Ahnung. Eine Spanane. Nee, eine Spanane. Eine Spanane. Aber ich probiere mal zwei Wechsel. Der Ballmarkt. Oh Gott. Ohohohohohoho. Was bekommt der Kannibale, wenn er zu spät zum Essen kommt? Die kalte Schulter. Oh. Was ist klein, dreieckig und grün? Bei denen haben zwei Leute im Delogh. Was denn? Ja, was ist klein, grün und dreieckig? Ja, was denn? Ein kleines, grünes Dreieck. Boah, Alter. Was ist schwarz, klein und dreieckig? Ähm, Illuminati. Nein, ne Schatten vom kleinen grünen Dreieck. Nein! Ich hab noch mehr solcher Flachwitz auf Lager. Oh ja, zu nicht. So flach, wie da die Puste. Ich geh fliegen! Und ich hab das Taxi auf Lungen noch gar nicht eingeweiht, ne? Ja, es geht wieder los. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Oh ja, es geht wieder los, ey. hier kommt er wieder los. Nein, sonst sieht es mal aus. Ich muss das auch malinner quite, ob sie sind gemeint. Feiert mit dem Strom und habe ganz null Punkte. Da muss halt, die von der Form der Leidenschaft war. Ich hab' immer wieder herausgefunden, den anderen Dornos fliegt. Nein, um die Sperrme. Du bist, dass die Sperrme, wenn ich mehr Punkte fahre? Du bist, dass ihr schlecht seid, wenn ich mehr Punkte fahre. aber dann hat er nicht überbieten das was dort angewacht das ist dann passiert ich weiß es nicht so steht es auch in mir eigentlich kein wann nicht sehen das kann man ausstellen ein Profi ich bin kein siebster nur weil er hat der Fürstsinn kein Musa NoClan er hat alle dann sucht den einen Exist ist immer noch frei für dich Ja, ich muss ja mit ihm mal reden, aber irgendwie komm ich da nicht zu. Du bist einfach Gamer, Riku, wie haben wir noch? Riku. Riku. Mein Herzblatt, wie hieß er nochmal, den ich so mag. Ah, Riku. Warte, ist er das? Ja. Hau ihn weg! Der hat mich direkt so nett empfangen. Wann bist du denn? Wann bist du denn? Und der Gamer ist das Loo. Ja, die hast du auch schon neu gespielt, was? Kann ich mich nicht dran erinnern. Der hat feinert ein Eigentor gemacht, ey. Der war voll angepisst, ich wusste nicht wieso. Ach ja, damals. Hallo, Leute. Hallo. Ich bin Luke, ich bin... Okay, okay, ich mach das. Hier, Vorlage für, ähm, Seroths. Was? Wann sag? Hab ich! Hab ich jetzt hier? Guck mich vorher, sie sind da den Torwart, sie sind da die Torwart. Jumm! Einfach spielen! Schlenker ab! Zero, Spitz League of Legends. Nee, bald. Game of Pics. Die 16. Ja, nee, deswegen, aber ich hab irgendwie keine Lust da, das... ja bei dem PC beziehungsweise lebt noch kein Schott ich glaube es nicht neid er hat er was sind die Welt der Ball ist abgeprallt gegen Xerox dann gegen dich und ich weiß es nicht du kno... nee André unser Zuspiel war aber immer noch am geilsten denn wenn wir ihn wieder hinkriegen gib Gummiii ich hab Punkte was ist weiß und fliegt nach oben eine Behinderung es ist kink und behindert Flamango ich stand gerade alleine zu viert und keiner macht das aber ich weiß nicht ich mach' nichts vorher am Ende der Wiederholung seht ihr den Star reiine flogen und ich und mich sieht man garnicht Inuza schaumhm die haben die er der das Leben der Rechtsklagten ich hab zwar bereit bekommen der Punkt die Punkte gesetzt ich hab 50 Punkte ich bin immer der Schlechteste Nein. Bist du wohl? Na empfunden, die sind schlechter, okay. Ja, aber das war einer... LOL. Boah! Die haben mich voll weggekickt. Wir standen einfach zu viert. Alter. Warum? Ich werde auch immer im perfekten Moment in den Augen gerammt. Ja, weil's ich hätt'n reinmachen können. Ja, und dann springen die alle dran vor. Ja. Da kommt keine Blick auf den DIN halt rein und dann seh' auch so, Nööööööööö. Ich war grad Robin ran, aber er ist einfach ausgeflucht. Ich kann dodge'n? Ja. Seh' ich in LOL nicht so. LOL und gleich Rocket League. Ja. Ich flieg' jetzt hoch. Seh' ich anders. Nee, viel ist in LOL, ist genauso unkoordiniert wie in Rocket League. Ja, aber das liegt an uns, nicht am Spiel. Naja. Mach den rein! Für ne Vorlage! Ich will Punkte! Nein, ich will nicht. Äh, wo sind denn die? Vorlage. Alter, ankommen ist das. Mach sie auf du! Was ist das du? Ich kriege grad keinen geschrottet, weil es hier sind vier Leute! Ich zieh auf Toom, ne? Ja, warum mal. Oh, ramme die mich hier wieder weg, ey! Wenigstens einen, wenn ich noch gerammt hab! Du! Boah, ey, der bleibt in dem Moment kurz stehen, ey! Einen Schlag! Bitte! Nein! Oh! Oh, der hat den Ärger. Sieg! Bah! Was ist das für ein hässliches Spiel? Ich! Go, 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 go! Hab ich zwar selber gesetzt, aber Juni. Los, komm, mach mal hier! Weiter, go, go, go! Mach bereit! Du? Hallo! Guten Tag, ich bin du! Hallo! Ja! Guten Tag, ich bin der Balde! So! Ja! 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 Und das sind уже so 뭐 wir sind Exkali Exkali Buster Oh 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 Nein Andauernd treffe ich nur den Pfosten Hab ich eigentlich schon während dieser Aufnahme irgendein Tor geschossen Weiß ich nicht Ich glaub nicht Ich glaub eins Jetzt hat er Rache genommen Und ich hol mir den Boost Oh das war doch nicht so klug Ich mach doch keine Eigentore Wo sind wir denn hier? Du bist nicht Luke Luke hat das oft genug in den Aufnahmen gesagt Er macht Eigentore Ich fliege An der Wand Die Das ja Der hockt da einfach mit 7 Leuten auf den Ball Mit 6 Doch wenn Keine Ahnung Ich kann gar nicht Gesehen die Fallage Oh Hup Nö meine Arbeit ist hier nicht der Wünsch Hup 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 Nö Hup Wien Hup Ich hab' bitte noch Gerät Sieht Herr Oh wieder und er war ein bisschen weiter hinten so gut ja manchmal wär's klug da muss ich mir das sagen er ist sicher auch und schreit von Mainz mein 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 wir dafür zu bauen hat so auch da schön 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 das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit für uns ja und als auch nicht oder ein Jammer Bord haben verloren ich bin hier vor die zwei oder drei Kämpfe und dann wirst du okay ich glaube dieses verdienen wir 2 0 es war nichts da nicht mit mir 6 da und es war 3 0 das ist und und wo kommen und Hauptsache und er das muss ich wie runter das muss ich wie runterziehen immer so eine geile Aktion kommt Happy Feet Gerhard Combo ich habe der Punkt erhalte was will ich bitte die Entscheidung wird gehört kippt es war aber aber so wird jetzt der Punkt ich bin nicht gut das ist mir das er wird ich habe ich habe die dritte Hahahaha Ja? Wie saß? Ey, ich hab sogar den Luke glaub ich Wirkt einen hab ich eingeholt! Ja, ich hab den Luke eingeholt! Wuuuh! Mach es doch! Komm! Mach es doch mal! Erdgas ist gesund! Was ist das? Nein! 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 Wuuuh! Alles verwitschuld! Wie ich wegfliege Weiß ich nicht! Tut mir das selten! Gott, ey! So ne Runde! Ich hab das zum Beispiel geflüchtet! Jetzt einfach nur ne dritte mit hinten dran, ist mir scheißegal! Okay, alles Inu ist das schuld! Genau, er hat keine Punkte! Jawohl! Dann riechst du mal nach Promessenhausen! Oh, ey! André, hast du mir denn geschissen? Los! Nein, halt den Ball in der Luft! Haltet ihn im Spiel! Oh! Auch Inu Zaman, Anzeiges Haus! Anzeiges Haus! Komm doch noch in den rechten Teil! Alles klar, nein! Los, ready! Dann haben wir die Aufnahme! Dann beende ich die auf! Oh nein, Robin! Oh! Nein! Oh! Ich muss nur noch Mordelands aufnehmen! Das ist ein griechischer Nachname! Das ist ein griechischer Nachname! Was? Oh, lol! Nice! Nice! Einer ging, einer ging drei! Oh! Erstmal spiel ich in dieser Räder Richtung! Guck mal die Seiten an! Ey, das ist auch echt ein Mad Max Deals hier oder bin ich blöd, ey! Das sieht ja mehr nach Mad Max aus als... Guck mal was da oben direkt im Trend steht, ey! Wo denn? Naja, da oben das riesige Plakat! Ach ja, und wenn ihr ein Tor fällt, wird das auch lustig! Ich krieg wo, finde ich! Tum! 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 Oh, das ist so ungewohnt! Das ist ungewohnt! Ja, mit den Seiten hier, ne? Oh, oh! Alles ist so schrecklich! Happy Feet! Wombo-Kombo! Wo ist der Ball hin? Die Map ist ja schön als ich! Alle Maps in den Games sind schöner als Luke! Genau, Luke, ich wollte sagen! Du bist das hässlichste Weg, was ich jemals gesehen habe! Das sind nicht übertreiben als nur... Das ist aber so lieb von dir! Oh, das ist aber so lieb von dir! Die Seiten sind so... Oh, oh! Seidhaft! Wuuu! Das ist so! 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 Ich hätte auch dran gemacht können! Na ja! Ich hätte alles gemacht können! Daher du wieder Elite Gerlichen buried's 보여st. Das blieb, ich hätte es gestolten việc! was man Aquare products porque os vessel undende hat weißt du da kommt der Tormann ich bin Manuel Kahn oh oh hab ich gern gemacht guck mal du weißt du warum das passiert ich hab gewusst dass das passiert schulisch WTF kann man doch machen in dem 4 gegen 4 kann man sich schon spätseln und ooooh hier vorlage die 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 wir haben uns gedacht was ist jetzt los l ich auch im Dachdarmann ich glaub nicht das ist nicht wesentlich der Scheidt das ist ein Reiter, oder? Oh, 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 oh Alter, der eine Team wollte wegfliegen und ich hab mich aber voll mit seinem Weg bestellt Guck dir das an, guck dir das an Mann, wie ich noch mal da reinkicke Rapp, da kommt der erste Rapp, da kommt der erste Rapp, Rapp, Rapp Rapp, Rapp, Rapp Rapp, 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 Rapp Rapp, Rapp Rapp, Rapp Ich bin mal mal wohl ein bisschen fertig Wow mein Rapp mein Rapp macht die absoluten Sinn BAM 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 was Oberbürgermeister ich habe mich nicht und denn bei der Börse um die Arena arbeitet ein wenig gegen dich ich habe das Gefühl, dass wir sehen, dass wir Spaß haben. André, arbeite immer wieder. André, André, André! Wo bist du? Boom, boom, boom! I went shot in my room! Boom, boom, scream! Ja, André ist schon, ne? Ich hoffe, ich hätte drei Hockdahl auf einem Haufen! Leute, schaut mal nach hinten! Ich brauche meine Richtung! Wenn das doch ich, wenn das doch ich! Leute, schaut jetzt mir zu! Was ist passiert? Hahahaha! Weip für... Die Leute, das ist mir echt nichts... Oh, ey! Nee, nee. Vielleicht auch was. Ich hab doch zwei von denen an diese Geld-Pools drin. Ja, Mann. Ja, Falsch. Hier kommt wieder Manuel Kahn oder Oliver Neuer. Es ist scheißegal. Ja, du kennst zwar? Ja. Pole. Und können sich die DLCs leisten. Xerox und ich sitzen hier auf dem Trocknen. Ich hab' davon, wenn man arbeitet. Luke! André! Wuh! 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 Ey, flieg da mal zurück zu unserer Basis! Bin auch schon da! Alter, was ist hier los? Diese Pings teilweise, was ist das? Wuuu! Wuuu! Wuh! Okay, den mach ich jetzt bei... Ach, shit! Was geht zu noch? Äh, nee, flieg zu. Wuh! Wuh! Sag, du küsst mich! Sag, du küsst mich! Sag, du küsst mich! Hab' ich! Boom, boom, boom! I want you in my room! Oh, man! Wie weit ich einfach in welchen schleudert werde? Das ist doch nicht mehr feierlich! Dafür gibt's Achte! Einfach eine Tase von Leuten! Vum, 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 vum! Vum, 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 vum! I want you in my room! Vum, vum... Was ist hier los? Los! Nein! Vum, vum, vum! Vum, vum! Vum, vum! Dieses Abschlussbild einfach nur das Beste auf der ganzen Welt! Tja, das kommt doch von Wenden wie in der Krams. Sagen, das war eine sehr volle Runde. Ja, wir kommen die Tränen. Ich habe gesagt, dieses angebissenes Toastbrot. Ja, ich würde mal sagen, das war eine sehr schöne Runde. Ich würde nochmal sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, nein, nein.